Aber das sieht doch an sich ziemlich gut aus. Hier macht der Panzergrad bei meinem Panzer und der Pitcher Flächenschaden. Das ist ein bisschen blöd, aber es sollte was werden. Oh Gott, nein! Yo Leute, was geht? Und ein ganz ehrliches Willkommen zur neuen Runde Waschboss auf dem Kanal, Leute. Und heute im Video werden wir mal hier auf den ersten Clankrieg von meinem eigenen Community-Clan schauen. Und es ist auch generell für mich der allererste Clankrieg, wo ich jetzt wirklich aktiv hier mitmache. Aktuell steht es 51 zu 43 und es verbleiben nur noch 10 Minuten. Was bedeutet, dass wir diesen ersten Clankrieg sehr wahrscheinlich sogar gewonnen haben. Da schauen wir aber gleich noch drauf, wenn der vorbei ist. Und wir werden heute noch hier mein Hauptquartier abgäden. Und zwar auf Level 5. Falls ihr jetzt mein letztes Video nicht gesehen habt von Waschboss, da habe ich euch das neue Update vorgestellt. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, verlinke ich euch bei der Gelegenheit oben an dem i. Denn ansonsten versteht ihr, glaube ich, heute einige Sachen im Video nicht. Weil da an sich halt auch das ganze Spielprinzip und so geändert wurde. Deswegen ist das schon wichtig gesehen zu haben. Ich würde sagen, wir starten aber erstmal hier in den Angriff. Ich habe auch schon ein schönes Deck hier ausgewählt. Komplett einfach mit den Tupas. Es funktioniert einfach an sich nämlich ziemlich gut. Wir schauen mal jetzt hier, dass wir den ersten Gegner finden. Und ich würde sagen, der sieht doch schon ziemlich, ziemlich gut aus. Den sollte ich auch mit diesem Deck eigentlich komplett zerstören können. Ich haue jetzt erstmal hier den Automaten drauf. Auf diese Fliegedinger, dass die schon mal weg sind. Oh Gott, das war gerade blöd. Denn jetzt läuft meine Kommandantin schon los. War ein bisschen dumm von mir gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gut, wir sollten das Ganze trotzdem hier noch hinbekommen, wenn es gut läuft. Ja, die Truppen waren jetzt ein bisschen auf einen Fleck platziert natürlich. War insgesamt ein wenig ärgerlich. Gebe ich hier ganz ehrlich zu. Aber wir schauen mal, ob wir das trotzdem noch schaffen. Es wird ziemlich eng hier. Jetzt gibt es hier gerade einen Finalkampf. Kommandantin gegen den Panzer und sie schafft das. Ja, perfekt. Jetzt muss sie alleine das ganze Dorf hier holen. War ziemlich knapp und ziemlich spannend. Der Battlespeed-Wort schon erhöht. Ja, aber sowas ist eigentlich nicht geplant. Ich hätte es gerne auch gehabt, wenn es jetzt nicht so knapp geworden wäre. Weil ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, dass ich den Angriff noch verliere, wo ich komplett null Sterne bekomme. Aber wir haben es geschafft, Leute. Trotz meinem kleinen Fehler hier am Anfang. Alles kein Problem. Drei Sterne, ich muss sagen. Nämlich dieses Deck ist auch an sich ziemlich effektiv. So, jetzt graden wir erstmal hier mein Hauptquartier ab. Das heißt, wir werden jetzt die Kommandantin freischalten. Die ich aber schon habe, weil das wurde ja im Update auch geändert. Den Tesla. Diesen Typ in seiner komischen Kartonkiste. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Dann diese Fallschirmspringer. Das sind, glaube ich, die Tupas. Einfach mit dem Fallschirm. Ziemlich cool. Und die andere Karte ist eine Eismine. Okay, da bin ich mal gespannt. Die habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir machen hier das Upgrade. Hauptquartier ist auf Level 5. Sehr schön, Leute. Haben wir das auch geschafft. Neue Karten. Und wir schauen mal, ob wir davon heute schon irgendeine im Video freischalten werden. Wir gehen jetzt erstmal hier in den nächsten Angriff. Wieder sechsmal mit den Tupas. Meine Kommandantin muss gerade noch ein bisschen heilen. Aber das ist kein Problem. Wir kriegen das hoffentlich auch ohne sie hin. Oh Gott, das Weiterklicken kostet jetzt 20 Gold statt 10. Und die Gegner sind jetzt auch besser geworden, weil die ja mehr Karten in die Verteidigung stellen können. Das habe ich gerade gar nicht bedacht. Und ich habe schon einfach abgegradet. Oh Mann, Leute. Nicht so gut hier. Wir müssen leider trotzdem mal weitergehen. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr hinter dem Kopf. Jetzt habe ich hier sehr wahrscheinlich bei den meisten Gegnern eine Karte weniger. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich würde sagen, den Gegner nehmen wir mal hier. Ich muss meine Truppen jetzt ein bisschen verteilt setzen. So machen wir einfach das so hier. Und dann werde ich jetzt mal starten und werde dann so versuchen, den Automaten zu setzen, dass der... Ah, das klappt nicht, oder? Das klappt nicht. Verdammt. Kleiner Fehler von mir bei der Gelegenheit. Na gut, dann müssen wir das Ganze ein bisschen anders machen. Und zwar dann einfach so drauf. Tut mir leid, war eigentlich anders geplant. Ich wollte, dass die dann schön zu den Kanistern rennen und ein bisschen Schaden bekommt. Hier die Pitcher. Aber wir sollten das trotzdem so schaffen. Ja, das sieht gut aus. Und den Angriff haben wir schon wieder gewonnen. Ich liebe die Stack, Leute. Ich finde das einfach mega cool, weil es macht halt Spaß zu spielen. Und es funktioniert sogar meistens, wenn man hier den richtigen Gegner findet. So drei Sterne. Nächste Kiste können wir wieder aufmachen. Oh, eine neue Karte erst mal. New Karte anlockt. Sehr schön. Box Linie heißt er. Okay, können wir gleich mal testen, wenn ich den dann hier gleich bekomme. Weil das ist ja nicht mehr ganz so einfach. Es wurde uns noch eine Sache im Update geändert, die ich im letzten Video gar nicht vorgestellt habe. Weil es jetzt gar nicht gemerkt habe. Mein Bruder hat es heute gesagt. Und zwar kann man jetzt hier Kisten kaufen und nicht mehr diese Karten. Finde ich persönlich viel cooler. Habe ich sogar wirklich, bevor das Update kam, schon gesagt, dass man das doch lieber machen soll. Ich weiß, die Idee ist jetzt nichts krasses oder so. Weil das ist ja eigentlich komplett logisch. Ich hatte eigentlich vor, so eine Kiste mal zu kaufen, aber 500 Diamanten sind im Endeffekt genau 5 Euro. Das heißt einfach, man würde für diese epische Kiste mit 320 Gold, 52 Karten 5 Euro ausgeben. Das finde ich ein bisschen viel. Klar, ein Commander und so ist da drin, aber naja, ich finde es einfach, wie gesagt, ein bisschen teuer. Ich hoffe einfach mal, die Preise werden nächstes Jahr ein bisschen angepasst. Und vielleicht werden auch mal so Sonderangebote eingefügt, wie es ja bei Clash Royale das gibt. Aber ich denke, bis dahin wird es noch ein wenig dauern. So, wir schauen, was hier rauskommt. Zwei Gems, Tupas noch ein bisschen bekommen. Und ich würde sagen, wir starten in den nächsten Angevier. Vier Minuten verbleiben wir noch im Clan-Krieg. Falls ihr uns bei dem Clan-Krieg auch mal mitmachen wollt und generell hier in meinen Clan reinkommen möchtet. Hier seht ihr auf jeden Fall soweit die ganzen Daten. Ich habe auch mal ein Video gemacht zu dem Clan. Wie ich den erstellt habe, findet ihr natürlich oben an dem Video. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und hier haben wir, würde ich sagen, auch schon den nächsten Gegner gefunden. Ich habe noch ganz kurz gewartet mit meiner Kommandantin jetzt auch wieder dabei. Jetzt müssen wir ein bisschen schlauer hier auch spielen und nicht wieder die Kommandantin vorlaufen lassen. So, erstmal hier ein paar Tupas platzieren. Machen wir hier noch hinter. Und die anderen setze ich dann gleich eben und dann hauen wir den Automaten drauf. Ich weiß noch nicht genau, wo. Ich würde aber einfach mal sagen, ich glaube, hier ist das am besten. Zack, drauf mit dir. Und dann geht es los. Jetzt setzen wir noch die weiteren Tupas hier hinterher. Mit die einfach nicht so alle auf dem Flexen. Und die Pitchern nicht mit einer Bombe oder so, damit wir den ganzen Tupas töten. So, sehr schön. Sieht gut aus. Ja, das schaffen wir wieder. Die Kommandantin überlebt auch komplett hier. Bekommt gar keinen Schaden. Das heißt, wir können die gleich wieder mitnehmen. Der Battlespeed wurde auch schon erhöht und gewonnen, Leute. Sehr starkes Deck. Sehr starke Taktik hier. Freut mich auf jeden Fall, dass hier so gut läuft heute. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal auf den Clankrieg noch. Denn es verbleiben zur Zeit nur noch zwei Minuten. Deswegen schauen wir mal ganz kurz hier auf die Info, wie es denn so aussieht. Ihr seht aktuell, mein Bruder hat hier 13 Sterne geholt. Ich habe sogar 12 Sterne geholt. Bin damit der Zweitbeste im Clan. Habe mich auch sehr gefreut, dass ich das geschafft habe. Weil das war auch ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Ja, und hier sind die ganzen anderen Kollegen, die mitgemacht haben. Also erstmal vielen Dank hier an jeden, der mitgemacht hat und an die Leute, die nicht da mitgemacht haben. Schämt euch auf jeden Fall, Leute. Seid aktiver, macht beim Clankrieg mit. Und ein Battle von mir. Schauen wir uns einfach mal eben an hier, weil das an sich ziemlich knapp war. Ich mache mal auf doppelte Geschwindigkeit, mit es nicht ganz so lange dauert. Ich habe ja auch übrigens die Tupas gespielt, weil man kriegt immer so Karten vorgegeben am Anfang. Und da waren halt diese Karten dabei, die Tupas ganz viel. Und dann habe ich gesagt, komm, setzt die da ein. Ihr seht, wie knapp das war, Leute. Ihr seht es hier genau. Der Minenwerfer schießt noch. Und jetzt haben die den so gerade abgeräumt zusammen. Und dann habe ich den Angriff hier schön mit drei Sternen gewonnen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Aber ich würde sagen, wir gucken uns nicht die weiteren Wiederholungen an. Live-Gameplay ist dann irgendwie schon schöner. Deswegen geht es auch wieder los hier. Habe auch schon einen Gegner gefunden. Der ist zwar jetzt nicht perfekt, weil der einen schönen Minenwerfer da stehen hat. Aber ich möchte es einfach ausprobieren, weil man hier so schön einen Automat drauf hat. Und kann, dass so viele Truppen kaputt gehen. Deswegen möchte ich das gerade einfach machen. So, drauf hier und derselbe Fehler gemacht. Warum? Ich weiß nicht. Ich denke immer, ich hätte keine Kommandantin oder so. Und lasse die einfach loslaufen. Na gut, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ihr seht das Ganze hier. Ja, es ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Sogar ziemlich ärgerlich. Verdammt. Vielleicht schaffen wir es trotzdem noch. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Muss das Beste jetzt hier rausholen. Trotzdem, die Kommandantin wird auf jeden Fall im nächsten Kampf nicht mehr dabei sein. Aber wir haben schon gewonnen. Sehr schön. Aber wie gesagt, die Kommandantin muss jetzt erstmal ein bisschen heilen. Drei Sterne. Wir machen hier noch die Wearbox auf. Gucken, was rauskommt. Keine neue Karte. Sehr schade. Aber dafür wird mir jetzt hier ein neues Deck ausgewählt. Und die Troopers sind leider diesmal nicht dabei. Dafür haben wir Pitcher, die Raketenwerfer, Jetpack, Panzer und den schönen Van hier. Aber bevor ich daraus jetzt ein Deck zaubern werde, schauen wir mal ganz kurz auf den Klankrieg. Denn der ist jetzt hier vorbei. Die Belohnung ist 250 Gold. 5 Juwelen. Das sieht an sich schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie die Truhe denn so ist. Was hier denn drin sein wird. Der Klankrieg war mit 10 Leuten. Man kann hier noch einen mit 20 machen. Das heißt, das Allerbeste wird wahrscheinlich hier nicht zur Verfügung stehen. Aber wir gucken einfach mal. Okay, 147 Gold ist schon mal stark. Neue Karte freigeschaltet. Denn Tesla ist das hier. Sehr schön. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Sechsmal Pitcher. Na gut, die Menge ist nicht wirklich viel. 13mal Mortar, obwohl es geht. Ich würde insgesamt doch sagen, die Truhe geht klar, Leute. Weil das Gold und so und die ganzen Karten, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das könnte noch minimal besser sein. Wir machen hier den nächsten Klankrieg, würde ich behaupten. Wir sind 13 Leute. Das heißt, ich muss drei Leute hier rausmachen. Das werden natürlich die sein, die beim letzten Klankrieg nicht mitgemacht haben. Das heißt, wir nehmen einfach die untersten drei. So, tut mir leid. Aber wenn man nicht mitmacht, muss ich euch leider hier rausmachen. Dann starten wir die nächste hier. Und ein Gegner wird jetzt gesucht. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Weil natürlich hier das Spielzeit nur in Kanada, Australien, zur Verfügung ist. Das heißt, allzu viele Spieler gibt es noch gar nicht. Beziehungsweise allzu viele Klans. So, ich habe hier ein neues Deck erstellt. Und ich weiß echt nicht, ob das so gut ist. Weil gerade war ich mit dem sehr zufrieden. Aber jetzt hier was Neues herzustellen, ist mir jetzt gerade ein bisschen schwer gefallen. Ich hoffe, es wird halbwegs gut abschneiden. Ich habe hier noch einen Gegner, der sieht gut aus. Ich denke mal, dass ein Bomber das so platziert, weil der hat schon ziemlich wenig in der Verteidigung. Aber wir gucken einfach mal. Ich stelle jetzt einmal den Panzer hier hin. Und dahinter die Pitcher, zwei Stück. Und dann haben wir natürlich noch hier eben mal den Automaten drauf. Diesmal nicht so früh. Und die Bombe hat sogar noch sein kleines Eichhörnchen. Ist das, glaube ich, oder sein Ninja. Hat das noch hier in die Luft gejagt. Wir gucken mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Aber das sieht doch an sich ziemlich gut aus. Hier macht der Panzer gerade bei meinem Panzer und der Pitcher Flächenschaden. Das ist ein bisschen blöd. Aber es sollte was werden. Oh Gott. Nein. Panzer, du bist meine letzte Rettung. Wir haben null Sterne. Was war das für ein krasser Angriff aber? Muss man schon sagen. Da hat ein kleiner Typ gerade über alles entschieden. Wie krass war das denn jetzt? Ist mir jetzt egal, dass wir verloren haben. Den Angriff sich anzuschauen war einfach echt lustig, muss man sagen. Und ich gucke mal, dass ich jetzt hier den nächsten Gegner finde. Aber mit dem Deck ist es schon nicht so leicht. Zumindest für mich gerade. Obwohl, die haben wir doch eingefunden. Den nehmen wir mal. Ich weiß nicht. Ja, es könnte schon schwer werden. Wir gehen diesmal aber mit beiden Panzern auf eine Seite drauf. Ach, das ist eigentlich dumm, ne? Weil die kann ich ja einfach so abräumen. Zum Teil. Naja, wir machen es trotzdem mal. Der Zauber bringt hier gar nicht so viel Automat. Weil die Truppen kriegen trotzdem nicht so viel Schaden. So, einfach mal drauf hier in die Mitte irgendwie. Jetzt kommen die nach vorne gelaufen. Jetzt können die ganz in Ruhe. Perfekt. Die können ganz in Ruhe wirklich jetzt hier alles abräumen. Ohne, dass irgendwie der Mienenwerfer währenddessen drauf schießt. Haben jetzt hier ein bisschen Schaden bekommen. Aber jetzt geht es weiter. Und jetzt läuft die eine Dame hier nach vorne. Ganz blöde Sache. Weil jetzt wird die natürlich abgeschossen. Aber eine lebt zur Zeit noch. Ich hoffe, der Mienenwerfer schießt gleich nicht drauf. Weil die steht da mitten im Panzer drin. So, erste Sache ist zerstört. Jetzt laufen die zusammen hier nach drüben. Oh Gott, der Mienenwerfer schießt zur Zeit auf einen anderen Panzer. Komm, ihr schafft das. Ja, sehr schön, Leute. Den Angriff haben wir gewonnen. Mit drei Sternen. Das bedeutet, wir können jetzt hier wieder, oder? Ja, eine Truhe aufmachen. 250 Prozent. Battlespeed. Das wird noch jetzt die letzte Truhe sein. Der letzte Angriff. Denn danach war es das auch schon wieder für heute. So schnell geht es immer, Leute. Falls ihr übrigens trotzdem noch Bock auf weitere Waschbots-Videos habt, Leute. Kann ich euch gerne die Playlist bei der Gelegenheit verlinken hier. So, Gold bekommen wir erstmal. Pitcher, Arkad und den Bazooka. Das war doch an sich eine ganz nette und erfolgreiche Folge hier. Ich habe auch genau seit 700 Sternen. Ich weiß, mir schreiben ja viele Leute, ja, push dich doch mal nach oben. Spiel doch mal mehr. Aber ich muss sagen, ich habe es halt noch ein bisschen viel zu tun. So, ich muss mich um Pixeln kümmern, dass wir da vorankommen. Weil da spielt es halt echt viel hier. Waschbots spiele ich dann auch noch. Meine Videos schneiden. Ist alles immer nicht so einfach, Leute. Aber ich werde mir natürlich Mühe geben, dass ich in der nächsten Zeit noch ein bisschen aktiver spiele als zur Zeit. Und wenn wir dann noch ein bisschen höher kommen. So, das war es jetzt von mir. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über eine Botwertung freuen. Wir sehen uns dann morgen wieder wahrscheinlich bei RunePix. Die ganzen Tage kommt natürlich auch wieder Waschbots online. Wunderschönen Tag noch. Mach's gut. Servus und ciao. Outro